Jack! Jack! Ich fliege! Was muss ich denn darauf sagen? Ich kenne das leider nicht. Du musst jetzt sagen, Welcome in the Dropper 1.2 by Big Rim. Welcome in the Dropper 1.2 by Big Rim. One goal, survive the fall. One rule, don't break blocks. Ja, wie ihr seht, es ist nicht Battlefield. Es ist auch kein anderes Spiel, sondern Minecraft. Und er hier, der Piefke, der sieht gerade ein bisschen pervers aus. Ich hasse Closed Stone. Nee, das sieht anders aus. Wie das sieht anders aus? Naja, wie auch immer. The most important. During the game, escape to main menu, open to LAN, a load sheet on. During the game. Start LAN World. Okay. Hm, ich weiß nicht. Important. Video-Settings, okay, haben wir alles. Play in Peaceful, haben wir auch. So. Okay. Die Team wollte ich schon ganz lange mal zusammen mit dir spielen, weil... Du meinst, äh, the Dropper? Genau, so Dropper. By Big Rim? Weil das soll sensationell gut sein. Ich weiß zwar nicht, ich hab noch nichts, beziehungsweise ich hab erst wenig davon gesehen. Nur den ersten Teil sozusagen. Set spawn, save. Set day, set night. Ach so. Das ist auch cool. Set night funktioniert nicht. Use a bed to save. You are allowed to make a time set to sleep. You must save before each drop. Okay. Ich nehm mir ein Bett und, was ist das? Rosenrot, dann nehm ich mir immer die Hefte raus. Ich nehm die andere Hefte. So, stand on the gold block and push the button. The button? Wir haben hier zwei Button und einen Schalter. Dann würde ich sagen, stell dich mal hier auch auf den goldenen Block. Und jetzt drück mal einfach irgendwas. Ich hab überlebt. Bist du auch ins Wasser? Bist du auch überlebt? Ja! Wee! Juhu! Geil. Cool. Oh, das war ja fett. Einfach mal so fallen. Okay. Aber das war ja noch. Nicht gestorben. Ja. Direkt beim ersten Mal. Ach, das ist ja cool. Naja, äh, was gibt's denn hier Feindes? Multiplayer, Singleplayer. Ich glaube, die funktionieren nicht mehr. Die, hier sind Fahrstühle. Stell dich mal bitte hier rein. Oh Gott, wo rein? Hier rein? Links auf die Treppe, auf die Treppe. Und. Nein. Uah! Die funktionieren nicht mehr. Was passiert hier? Hallo? Hallo? Entschuldigung, ich muss jetzt doch Blöcke kaputt machen. Gut, dann gibt's hier Leitern. This elevator is fast. Click on the minecart till the end. Okay, mal gucken, ob das funktioniert. What? Das funktioniert. Ich überhole dich. What? Ding, 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 ding. Was machst du denn? Ich klicke einfach hier. Oh! Was? Fuck. Bist du runtergefallen? Ah, nein, nein, nein. Ich bin oben. Was? Was steht hier? In case of fire, use the ladder. Was war das denn für Feuer? Keine Ahnung. Hast du, hast du die Minecarts? Musst du die Minecarts? Welche Minecarts? Da hängen so Minecarts oben dran. Eins. Okay. Und da klickst du einfach immer die ganze Zeit rechts, 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 rechts. Dann kommst du immer einen Minecart höher. Und bist dann irgendwann oben. Oh, da wird mir schlecht. Oh, jetzt bin ich. Was? Aber, nein! Oh, ich fall wieder runter. Ich fall durch die Minecarts. Moment. Was passiert hier? Als ob das Ganze hier laggen würde. Ohne Scheiße. Das kann ja gut sein. Boah, Epilepsie. Aber ich komme näher. Oder du, du fällst. Nee, ich... Ich bin mir nicht sicher. Hallo! Jetzt hier noch auf das letzte Minecart, das neben dir steht. Nochmal. Achso. Hier steht noch eins. Genau. Ja. Und jetzt. Ja. Nochmal rechtsklick. Und. Ah. Boah, was? Das war die größte Falle überhaupt. So. Oh Gott. Checkpoint. Ja. Ah. Ah. Was? Was ist das? Hier ist auch noch eine Leiter. Was ist hier hinten? In welche Richtung? Was ist denn da? Ist hier irgendwas? Achso. Der Anfang. Oh, da gibt es eine Kiste. Bestimmt Diamanten. Oder gibt es jetzt schon etwas Besseres als Diamanten? So. Betten. 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 Enderchest. Genau. Wir müssen jetzt hier ein Bett hinlegen. Okay. Wir müssen uns jetzt erstmal hier pennen legen. So. Oha. Ich falle. Ich ebenfalls. Das ist aber nicht schlimm. Falle ich in den Schlaf? So. Ich falle so. Achso. Wir müssen uns jetzt ein neues Bett nehmen. Ich nehme meinst du auch noch mit. Nee, aber dann spawnst du ja da nicht. Verstehst du? Ach ja. Ja. Dann musst du jetzt nochmal schlafen gehen. So. Ich gehe jetzt noch. Ach ja. You can only sleep at night. Warte. Äh. Set night. Funktioniert das? Nee. Nein. Nein. Gut. Dann lasst uns einfach weiter. Ja gut. Ist ja. Ich komme dann am Spawnpunkt raus, glaube ich. Oder so. Keine Ahnung. Hier. Dein Bett. Danke. Bitte. So. Ich stehe. Du auch? Ja. Drück mal wieder. Oh. 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 Bäume. Oh. Oh. Fuck. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh. Ich habe den Ground gehittet. Ich komme nochmal. Oh nein. Ich habe mir. Oh. Oh doch. Ja. Was? Was? Ach. Hier unten muss man. Hier unten muss man. Da muss man. Zum Schluss musst du nach rechts in das Wasser rein. Glaube ich. Ey. Penner. Das geht immer noch. Ja. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Wie bist du denn? Wo ist denn das Wasser? Du. Rechts. Oh shit. Aber checkst du eigentlich was? Das ist ein Wald, der neben uns. Ach. Ich probiere es nochmal. Ja. Was ist das? Ein Wald? Du fliegst quasi durch einen Wald. Der ist an der Wand gepflanzt. Das ist aber schön. Oh. Und du musst zum Schluss den See treffen. Komm jetzt rechts. Ja. Komm. Komm. Ich habe es noch versucht. Oh fast. Ja. Ich bin stolz auf mich, dass ich es versucht habe. Da kommt er wieder. Ach. Ach. Das ist doch scheiße. So. Ähm. Oh nein. Was passiert denn hier? Was? Oh. Ja, ja, ja. Und? Jetzt. Ja, 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 ja. Sauber. Hello, little piggy. Aber guck mal nach oben, ey. Krass. Geil. Krass. Aber obwohl mein Bett kaputt war, bin ich wieder da rausgekommen direkt daneben. Ja, ja. Also insofern. So. Jetzt wieder nach oben. Der hat krass Langeweile, oder? Was heißt denn TP? Ach. Teleporter. Nimm ich an. Ja, ja. Nimm ich auch an. Oh. Wieder die Minecarts? Oh Gott. Warum kann ich die nicht anklicken? Ich weiß es nicht. Notfalls musst du eben die Leiter nehmen. Oder wieder den. Fahrstuhl. Oder den, ja. Aber der funktioniert wohl nicht. Das stand auch irgendwie in den, in den. Die Leiter. Ne? In den, in den? In den Notes, oder was? Genau, das hat der Mensch, der die gemacht hat, die Map. Wie heißt der noch? Eigentlich muss man sich den Namen echt merken, weil das ist schon, äh. Big Re. Also B-I-G-R-E. Vielleicht heißt der auch Big Re. Big Re. Oder Big Re. Oder heißt, vielleicht heißt der Big Re. Big Re. Hier schon mal den Checkpoint aufgemacht. Den checkety Checkpoint. Ja, ich brauche nur noch eine Stunde, ehe ich oben bin. Ja, kein Thema. Kennst du Leiterwitze? Leiterwitze? Gibt's bestimmt. Ähm, nee. Ich auch nicht. Kommst du da jetzt gleich? Naja, gleich ist relativ, aber ich sehe schon mal dich, glaube ich. Ja, ich sehe dich, genau. Alter Schwede, das ist so. Das ist echt hoch, ja. Wir sind ja auch gefallen. Aber ich konnte die Minecarts nicht anklicken. Das, äh. Ja. Das, äh, naja. Aber es ist nicht schlimm, weil so vergeht wenigstens Zeit. Ja. Wenn man sich gedacht hat, oh, mir ist langweilig, was soll ich denn jetzt die halbe Stunde noch tun, bis ich zur Schule muss, bis ich meine Freundin treffe, bis ich einen Nobelpreis gewinne, ja, dann kann man sagen, ey, guck dir einfach mal Friends an, wie ihr die Leiter hochkriecht. Da kommt er, oh, oh. Nein, ich, ich trau mich nicht. Oh, ah, ah. Was? Alter, was tust du? Hör auf mit so einem Scheiß. So, raus hier. Hallo. Hallo. So, ein Checkpoint hab ich schon geöffnet. Dankeschön. Also, können wir jetzt hier direkt. Oh, hier gibt's Drang der Schnelligkeit. Cool. Ach so, dann brauchen wir den wahrscheinlich. Höchstens wahrscheinlich. Äh, Drang der Schnelligkeit. Zack. Let's Bombsport. Was gibt's hier? Hier gibt's die Betten. Oh, da kann man aber sich auch mal ein Bett rein hinstellen und schlafen. Das geht aber nur bei Nacht. Genau, warte mal. Ich werd hier mal noch die anderen Tränke rausnehmen. Alle? Ja. Und dann werd ich die hier reintun, in den Enderchest, weil alles, was da drin ist, erscheint ja auch in allen anderen Enderchests. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Dann werd ich auch ein paar... Ach nee, das ist kacke. Egal. Äh, Nacht ist ja nicht... Egal. Was? Nö. Level 3. In the middle. What? What? Au! Du törst. Oh, 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 ich bin tot, obwohl ich die Mitte getroffen hab. Ich glaube, du musst einfach dann in die Mitte, aber richtig in die Mitte springen. Oh, fuck, oh, fuck. Weiter hoch. Ja, ja, ja. Ja! Wo? Hä? Bist du in dem Wasser gelandet? Ja. Ja, da bin ich auch gelandet, aber ich bin gestorben. Ja, aber brauchst du vielleicht diesen Trank? Sag mal, wenn wir da jetzt gelandet sind... Verdammt, ich komm da nicht mehr hin. Wie? Nein. Na, mein Respawn-Punkt ist ja da neben dem Wald. Ja. Und den anderen... Doch, wobei, der ist hier, oder? Ich guck grad mal. Oh. Ist der hier? Ach, hier sind wir. Okay, ja doch, ich glaube... Ja, ja, ich komme. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich hab den Trank eingeschmissen und dann bin ich einfach gesprungen. Anlauf, springen, bin nicht schnell, sondern ganz normal gelaufen, halt nur dann mit Trank. Ich bin ja aber auch in dem Wasser gelandet und trotzdem bin ich gestorben. Naja, aber du bist nicht cool im Wasser gelandet. Mein Trank ist drin, ich laufe und ich springe. Muss ich immer weiter nach vorne drücken? Nö. Nö, aber du musst halt zieren, oder? So, ich hab getroffen. Sehr gut. Komm, wir bleiben im Wasser. Also, hier ist die... Hier, unten. Ach, im Wasser. Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind immer noch so verflixt schnell. So, jetzt probier ich's mal. Ja? Ich krieg das nicht hin, ha? Rechts passiert nichts. Nee. Dann liegt das am Server. Du hättest dich da reinstellen müssen, mein Freund. Nee, das geht ja nicht. Hab ich ja jetzt schon zweimal versucht. Achso. Okay. Boah, ist das laut. Na, wir können das ja... Wir können das ja... Oh. Wir können das ja... Ach, schön. Ich hab die Musik da. Oh, jetzt funktioniert's bei mir hier auch nicht. Ja, sag ich doch. Wir können's ja, ähm... Skippen. Mhhh. Ja, da sind wir wieder. Ich trink darauf erstmal einen Schluck Schokomilch. Mhhh, Schokomilch. Mhhh, ich hab halt gehört, dass man dann eine Zeitreise hinter sich hat, wenn man, äh, Bock auf Schokolade hat. Ja. Was? Ja, das hab ich, glaub ich, in, äh, äh, MIB3 gehört. Wenn man Schokomilch trinkt? Ja. Hat man eine Zeitreise? Ja, ist schon Nacht. Also in der Ender-Truhe ist übrigens nichts. Es ist fast... In der Ender-Truhe ist nichts. Nee. Für mich schon, das ist gut. Dann kann ich mir Notfalls geben. Nö, dann... Lass uns kurz warten, bis hier Nacht ist. Müsste ja jetzt eigentlich jeden Moment. Okay. Du kannst uns ja noch... Ja, genau. Bettchen aufstellen, so. Kann ich schon schlafen? Ich versuch's mal. Ja, ich kann schlafen. Ja, ich fall auch schon in den Schlaf. Wunderbar. Mhhh. Schön. Aufstehen. Klingeling. Darf ich diesmal? Ja, natürlich. Okay. Level 4 Cars. Cars? Uah. Uah. Äh. Äh. Da ist Wasser, glaub ich. Shit. Nein. Shit. Oh. Das ist ja geil. Da sind zwei Autos aus Wasser. Oh, ich bin schon wieder reingedrein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein. Ich, ich, ich treff's. Ich treff's. Ich treff's. Ich treff's. Oh, was ein Glück. Äh, Wasti, hier liegen deine Sachen. Ja. Ich seh nichts. Scheiße, ich konnte nichts sehen. Das war einfach nur blau da unten alles. Hier, dort wo ich steh. Da, da ist das Vieh. Ja, hier auch. Hier ist doch auch eins, oder? Hier. Was? Hier. Hier. Ja, genau, da wo du stehst. Genau. Oh, oh. Yeah. Hier, äh, sammeln wir dein Zeug auf. Wir wollen hier die Straßen nicht verpesten. Ja, Entschuldigung. Das sind die Einzelteile von mir halt. Oh, hier ist ne Tür. Wollen wir hier rein? Müssen wir hier rein? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier? Oh, hier ist ne Truhe. Ein Diamant. Oh, du hast... Hier, guck. Guck, wie er funkelt. Oh, hier ist nichts mehr. Okay. Oh, ist schon cool, die Straße und so. Oh, hier ist die Tür. Hinter dem grünen Bus. Du, 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 du. Teleporter. Weißt du, es ist einfach nur ein komisches grünes Ding mit zwei schwarzen Dingern und man erkennt es trotzdem als Bus. Das ist... Oh, oh. Nee. Vielleicht muss man immer springen. Nein. Das funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Okay, ich versuch's hier nochmal. Ja, bei mir funktioniert's diesmal wieder. Funktioniert's bei dir auch? Ja. Sehr gut. Da müssen wir ja diesmal nicht cutten. Epilepsy. Ja. Ich krieg auch gleich einen Krampf in meiner Hand. Aber du kannst doch auf dem... Boah, der Fasch, du gehst. Du kannst doch auf dem Finger bleiben, auf dem... Quatsch, auf der Maustaste. Funktioniert das? Ja. Aber zu. Aha. Na, na, na. So ein Schluck Schokomilch. Wupp. Und? Und? Was ist hier? Das ist, glaub ich, wieder... Tatsache. Okay. Das ist gut. Das ist halt gut. Warum hast denn du hinten deinen Schlips? Nee, das sind Hosenträger. Achso. Watscha. Ich hab grad gedacht, ey. Ich seh dich sonst nie angezogen. Das war ein bisschen verwirrend. Versteh's. Okay. So, wir können ja eh nicht. Wir müssen ja jetzt hier, ne? Ja. Verstehst du? Und? Ja. Ich seh. Ich seh. Untertitelung des ZDF, 2020